Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fakai 3. So, als nächstes werde ich mir erstmal... ...diesen Schatz holen. Der ist nicht weit weg. Wieso leuchtest du so? Wagen. Achso, das ist die Mission. Ja, das ist bei den Dingen die Kiste hier plönern. Blauer Pokerchip. Okay. Das sind Hunde. Die sind wir nicht vom Belang. Das war unbeabsichtigt. Oh, weia. Äh, wuh, 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 wuh. Da muss ich natürlich richtig schnell sein. Da muss ich lang. Natürlich. Ich bin dran vorbei. Du hast die Mission nicht geschafft. Ja. Weil ich dran vorbeigefahren bin. Natürlich. War nur um Meter zu weit rechts, oder was? Boah. Auf jeden Fall fährt der sich nicht gut. Der Squad. Da... fahren die sich, glaube ich, in Fahrtkai 5 besser. Oder besser gesagt, in Fahrtkai 4 sogar. Und dann schnell da rüber. Ich steige mal hier mal ab. Wo bin ich hier? Ach, ich bin in der Nähe des Hauses schon. Hier gibt's ne... Scharf ist ne Herausforderung. Und Surf... Surf und Turf. Okay, was... Was verbirgt sich hinter Surf und Turf? Das will ich gleich hier wissen. Also meine... Okay, was ich jetzt machen werde, ist... Hat sich ein bisschen geändert. In die Reihenfolge. Wo sind die Kisten? Hier ist nichts drin. Ach, hier ist eine. Äh, Wand. Grüner Pokerchip, okay. Ah, da ist noch einer. Noch eine Kiste. Okay, erst mal Training. Ich muss auf Vögel schießen. Äh, wie sch... Das wird schwierig. Erwischt. Erwischt. Oh. Na, den weiß ich, glaube ich, nicht mehr. No. Nein. Erwischt. Ah, da fliegt einer. Ah, der ist tief. Erwischt. 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 Daneben. Daneben. Wie gesagt, ich mach bis fortgeschritten da. Na, wo bleibt der. Na, wo bleibt der? Ah, daneben. Erwischt. 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 Na. Na. Immer daneben! Erwischt. Na! Was? Erwischt. Erwischt. Ja, geschafft! Na! 200 gekriegt. Jetzt muss ich 12 erwischen, wie ich gerade eben. Was? Wo ist der Vogel hin? Erwischt. Was? Ich war doch genau drauf gezielt. Erwischt. Das war jetzt genau drauf. Ähm. Mh. Erwischt. Ja. Nein! Was? Er war doch im Ziel. Erwischt. Nein, jetzt nicht mehr. Das war dann auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Erstmal ein bisschen Training. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Wow. So was wieder. Wow. 30 Ziele. What? Das ist doch extra hier, oder? Ist jetzt abgesoffen. Blöder Hund. Na, auf jeden Fall muss man hier aufpassen. Okay, das ist ein bisschen... Die Schanze hoch! Nein, die... Okay, wieder abgesoffen. Wie soll man die Schanze hochkommen, wenn man es nicht steuern lässt? Das ist so schwammig. Und den Rest muss ich laufen, oder was? Und das ist total übersensensiv. Mist. So. Wieso kann man eigentlich im Fahrzeug starten? Das ist später besser gelöst Da ist man schon im Oh, diesmal habe ich es besser geschafft Ja, diesmal schaffe ich es auch Und daneben natürlich, weil man im Sprung nicht gut lenken kann Steig ein Bitte, wir haben nicht mehr viel Zeit Ja Bitte kein Umfeld bauen dabei Ja, das andere könnte ich noch schaffen Du bist echt ein guter Fahrer Los, fahren wir im Leben Jason So Steig ein So Bitte Warum muss das so üblich sein Wo kam der Wagen her So drauf Wir haben nicht viel Zeit So Du solltest dich jetzt nicht umdrehen Aber wir haben noch drei Ziele In 30 Sekunden ist das machbar Inzwischen in 20 Und da ist jetzt nur eins Wahnsinn Und den restlichen werde ich nicht machen Bisschen Geld verdient dabei Da sind auf jeden Fall ein paar Schätze Und ein Relikt Und ein Relikt Auf jeden Fall Hier ist auch am Land eins Da Soccer Spielkarten Porzellankrug An der Oberfläche bitte Hallo Öffne das Geht doch Nimm es doch Neun von Ach da ist noch eine Kiste Und wieder an Land bitte Also hier habe ich dann alles erkundet Das wäre glaube ich mein nächstes Ziel Dahin Wieso rabe ich kriege jetzt einen Hustenreiz Allerdings mache ich jetzt hier erstmal einen Cut Und bis zum nächsten Part